Brüder und Schwestern in Christus, das heutige Evangelium steht immer in dieser oder einer anderen Überlieferung am Anfang der Fastenzeit. Und zu diesem Evangelium wurden sehr viele Auslegungen geschrieben, schon in der alten Kirche, und es gibt ganz, ganz genaue und penible Erklärungen, was jeder dieser drei Versuchungen bei Jesus zu bedeuten hat. Wenn ihr es wissen wollt, empfehle ich, die Väter der Kirche zu lesen. Viel mehr Neues gibt es da nicht an Erkenntnissen. Aber es ist doch wichtig zu sehen, was da eigentlich passiert bei Jesus und bei diesem Teufel, der zu ihm kommt. Es ist keine gewöhnliche Situation, auch wenn es am Ende des Evangeliums heißt, dass der Teufel für einige Zeit von ihm abließ. Das wissen wir aus den Evangelien, dass Jesus sich mit anderen Sachen beschäftigt hat als mit dem Teufel. Der kommt immer wieder vor, aber er ist nicht im Mittelpunkt. Dafür gibt es einen Grund. Weil wenn man sich die Taktik hier anschaut, die der Teufel anwendet, ist es ziemlich überwältigend. Also er weiß ziemlich gut Bescheid, Jesus ist hungrig, der hätte vielleicht da Lust, die ganze Welt in seine Botschaft hinein zu beziehen, also sein Reich zu gründen und so weiter und so fort. Und sehr oft kommt in einem vielleicht dieser Verdacht, dass eben der Böse in meine Gedanken hineinschauen kann. Das kann er nicht, sonst wären wir wirklich arm dran. Gott kann das, er tut es aber nicht. Auf jeden Fall kommt es einem so vor, als ob er sehr viel von uns wüsste, weil er kein dummes Wesen ist, sondern auch intelligent. Und was der Teufel mit uns macht, er beobachtet, wie wir leben, wo wir Schwierigkeiten haben, wo unsere Freuden sind, wo er den Hebel ansetzen kann, wo er die Schraube ein bisschen anziehen kann, damit es für uns kompliziert wird. Und so wirkt er. Aber im Grunde genommen gibt es da nichts Außergewöhnliches. Das kann auch ich, das kannst auch du. So klug ist er auch wieder nicht. Aber er macht eine Sache, die uns Menschen seit Anbeginn der Schöpfung immer wieder verfolgt. Und das ist etwas, womit wir alle behaftet sind. Weil der Teufel ist blind. Er ist völlig blind auf das, was vor ihm steht oder wer vor ihm steht. Wer steht vor ihm? Jesus, der Sohn Gottes und Gott selbst. Und der sieht es nicht. Er sieht nicht seine Herrlichkeit, dass der Heilige selbst vor ihm ist, der Einzige, dem die Ehre gebührt, dem die Gottesfurcht gebührt. Das erkennt der Teufel überhaupt nicht. Und nur deswegen versucht er, Jesus in Versuchung zu führen. Er bleibt sowieso erfolglos. Aber das ist auch etwas, was, glaube ich, für die Fastenzeit wesentlich ist. Weil sehr oft nimmt man sich so einiges vor. Also ich für mich, ich habe mich entschlossen, der Fastenzeit aufs Alkohol zu verzichten. Also kein Bier am Abend und solche Sachen. Und noch ein paar andere Sachen. Also ich bete dann noch zusätzlich ein Teil vom Rosenkranz täglich. Und so weiter und so fort. Und du hast sicher irgendwelche Vorsätze auch. Und sehr oft ist es in mir auch diese Überzeugung, am Ende der Fastenzeit soll ich ein besserer Christ werden, als ich es am Anfang war. Ja, das ist eine falsche Einstellung. Worum geht es in der Fastenzeit? Nicht darum, dass du ein besserer Christ, eine bessere Christin wirst, sondern um etwas ganz anderes. Darum, worum es im Evangelium geht. Und worum geht es heute? Dass man Gott die Ehre gibt und nicht sich selbst oder jemand anderem. Dass man Gott an erster Stelle stellt und nicht irgendwas anderes im eigenen Leben. Weil wir können Gott mit unseren Opfern und Bemühungen nicht wirklich beeindrucken. Wenn du das kannst, komm nach der Messe und erzähl es mir, wie du Gott beeindrucken kannst. Das würde ich gerne wissen. Weil in der ersten Lesung haben wir etwas Wesentliches gehört, was für das Volk Gottes, für das Volk Israel, das außerwählte Volk, so gesehen auch für uns grundlegend ist. Da wird es beschrieben, wenn du gesegnet wirst in deinem Leben und etwas zustande bringst, ob es die Erträge des Feldes sind oder etwas anderes, gib die ersten Erträge dem Herrn und sag dabei, woran du dich erinnerst, was Gott an dir und deinem Volk Gutes getan hat. Gott an erster Stelle. Im Raum geben, im eigenen Leben, das ist wesentlich. Dazu ein Beispiel aus einer sehr schönen Stadt in Österreich. Aus Graz, da gibt es eine junge Gemeinschaft von Christinnen und Christen. Also, das ist noch eine katholische Gemeinschaft, wird wahrscheinlich irgendwann auch ekumenisch sein. Aber zurzeit sind sie katholisch, charismatisch und sie wollen beten. Und sie tun das auch. Also junge Leute, die so zwischen 17 und 25, 30 sind, die treffen sich einmal die Woche, um zu beten. Und das ist so, wie wenn junge Leute irgendwo feiern gehen, wird es laut. Und auch beim Beten bei denen wird es laut. Die sind ein bisschen charismatisch. Wer bei uns bei der Lobpreismesse war, kann sich das ein bisschen vorstellen. Also die Lautstärke. Es ist einfach laut. Aber sie treffen sich wöchentlich in eine Kirche, die so eingebaut ist in der Altstadt, dass da auch Wohnungen angrenzen. Und sowohl die Kirche wie auch die Wohnungen gehören einem Pfarrer. Ja, und die Anwohner haben sich beschwert bei dem zuständigen Pfarrer, dass es laut ist und ist anstrengend, wenn die Leute da kommen und beten. Ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ja, ich würde gerne auch jede Nacht durchschlafen können. Und man kann diese Beschwerde auch verstehen. Was ich dann aber nicht verstehen konnte, ist die Reaktion des Pfarrers, der den jungen Leuten versucht hat, dieses Beten auszureden. Er hat gesagt, ja, also vielleicht könnt ihr euch mehr im sozialen und karitativen Bereich einsetzen, weil ja, beten ist schön, aber was bringt das schon, ne? Was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Das ist auch etwas, was ich immer wieder höre von Leuten, die sich dem Gebet verschreiben. Es gibt so ziemlich viele in unseren Tagen, die sagen, ich mache das, also ich bete nur und alles andere kommt erst danach, nach dem Gebet. Wir haben die Loretto-Gemeinschaft in Österreich, die Adorei-Bewegung in der Schweiz, die Gebetshäuser in Deutschland, auch in Österreich. Das Gebetshaus Augsburg ist eine ganz starke Gemeinschaft, wo Leute einfach auf ihre Arbeit verzichten, um, also sie verdienen dann normalerweise nichts oder sind auf Spenden aufgewiesen oder auf die Hilfe Gottes oder was weiß ich oder arbeiten ein bisschen. Aber das Gebet ist das Zentrum. Und man könnte sagen, das ist ja eine unsinnige Einstellung, weil wir als Kirche sind nicht nur dazu berufen, zu beten. Es gibt auch andere Sachen, die man tun sollte, also Armen helfen und so weiter, wichtige Sachen. Aber so wie ich das sehe, überall dort, wo diese Gemeinschaften wirklich das Gebet an erster Stelle stellen, kommt das Soziale und diese Sorge für die Armen auch. Das kommt einfach automatisch, das kommt aus dem Gebet heraus. Und es geht wirklich darum, Gott in die Mitte zu stellen, ohne Kompromisse. Das klingt übertrieben, ist es aber nicht. Wenn du getauft bist, wenn du gefirmt bist, ist es, will ich nicht sagen, deine Pflicht, aber es sollte deine Entscheidung sein, ihn in die Mitte deines Lebens zu stellen. Und die Fastenzeit ist eine vorzügliche Gelegenheit, das zu prüfen, ob er wirklich in der Mitte ist oder nicht. Es geht um die Furcht Gottes. Das ist ein schlimmes Wort, klingt im Deutschen nicht so gut, ist es aber auch egal, wie es klingt, weil es geht nur um diese eine Sache, ihn in die Mitte zu stellen, nichts mehr. Alles andere wird dann auch nicht zu kurz kommen. Davor brauchst du auch keine Angst zu haben. Diese Angst hatte ich immer. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt mein ganzes Leben dem Gebet verschrieben habe, aber ich bete gerne und immer mehr wird es mir wichtig und ein Anliegen. Und ich sehe, klar bleibt da einiges auf der Strecke liegen. Aber wenn ich das so genauer anschaue, sind es Dinge, die nicht notwendig sind. Und auch wenn vielleicht das bedeuten sollte, dass du am Sonntag ins Schleudern kommst und das Mittagessen eine halbe Stunde später anfängt oder dass es zu Hause nicht so aufgeräumt ist, weil du der Sehnsucht nach Gebet nachgehst oder die Sorge für die Armen oder einen anderen guten Werk, ja, was passiert schon, wenn es nicht aufgeräumt ist? Unwichtig. Es gibt in uns immer, also in mir auf jeden Fall, und ich glaube, das gibt es in jedem Menschen, diese Neigung, sich mit wenig zu begnügen. Und Gott will dir und mir mehr schenken. Mehr, als du dir das vorstellen kannst, als du dir das wünschen kannst. Und das passiert aber nur, wenn er im Zentrum steht, nicht irgendetwas anderes. Weil andere Dinge saugen aus uns die Lebenskraft aus. Das tun auch Menschen so oft. Wenn sie wirklich, wenn du einem Menschen so in die Mitte deines Lebens stehst, dass nur er gilt und wichtig ist, wirst du an diesem Menschen irgendwann zugrunde gehen. Man braucht ein bisschen Rückzug auch für sich. Und bei Gott ist es anders. Ihn kannst du in die Mitte stellen und der beschenkt dich nur. Mit immer mehr, mit immer Größerem. Deswegen ist das, was dem Teufel fehlt, also dieser Gottesfurcht und Gotteserkenntnis, etwas sehr Notwendiges für uns heutzutage. Und am Anfang der Fastenzeit kann man sich das in Erinnerung rufen und sich darin üben, ihn jeden Tag in die Mitte zu stellen, in allem, was du tust. Ihm zu sagen, du bist meine Mitte, du bist der, der entscheidet. Und ihn auch ab und zu fragen, ob man das oder jenes lassen sollte und vielleicht sich etwas Sinnvollerem widmet. Das sehe ich, dass das fruchtet bei Menschen, die wirklich versuchen, ich will nicht sagen, dass es immer gelingt, aber die wirklich versuchen, das zu tun, in der Haltung der Gottesfurcht zu leben. Dann passieren wirklich Dinge, die unmöglich waren vor zwei, drei Monaten und trotzdem, dass dieser Mensch dann viel mehr betet oder Dinge macht, die wirklich im Leben nicht viel bringen, sieht man Glück, Zufriedenheit und Frieden. Solche Dinge, die Gott nur schenken kann. Und das möchte ich euch dazu ermutigen. Versucht nicht so sehr, auf diese Vorsätze in der Fastenzeit zu schauen. Die sind wichtig und auch nützlich. Ich will es nicht irgendwie schlecht reden. Aber versucht vielmehr jeden Tag, ihn in die Mitte zu stellen. Immer wieder aufs Neue. Das Gute ist, Gott läuft nicht weg, wenn wir das nicht tun. Er wartet geduldig, bis wir noch einmal versuchen und hilft uns, zu einem neuen Leben zu finden, zu einer Gemeinschaft mit ihr, mit ihm, mit seiner Kirche und mit der ganzen Welt. So wirst du dann auch Dinge tun, die du tun musst, ob es aufräumen oder kochen ist oder sonst was, mit viel mehr Liebe, Zufriedenheit und Frieden. So kann man auch Glück finden. Aber wenn man Gott in die Mitte des Lebens stellt, ist es immer einfacher und immer besser. Und es wird immer mehr, was Gott uns schenken kann und es auch tut. Und es wird immer mehr,